Klappt das? Okay, und jetzt, zack. Wie ist das? Das ist super. Und wenn ich das jetzt hier so mache, dann breche ich wieder in eine neue Fackel. Puh, jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Erst das hier, und dann das hier. Wow! Was denn? Es funktioniert. Jetzt das hier, und dann das. Wow! Das funktioniert ja, super! Okay. Jetzt muss ich nur noch... Wie mache ich das jetzt? Also das ist da. Das muss eigentlich alles noch eins weiter hin. Eigentlich hätte das schon fast gepasst. So, da muss der jetzt hin. Nein! Ähm... Nein! Von der Seite? Nein! Nein! Ich mache es anders. Ähm... Toll! Wie kommst du hier rein, du blödes Skilett? Vermutlich. Nein, das dachte ich mir fast. Mist. Mist. Jetzt. So. Ähm. Ja wie jetzt? Mist. Das so. Und das hier so. So. Nein. Falsch. Mist. Ähm. So. Und dann so. War das richtig? Keine Ahnung. Jetzt ergibt es plötzlich mehr Sinn. Okay. Ahm. Hm hm hm. Wenn ich jetzt den mache, dann geht das da vorne. Machen wir das mal an. Dann geht's der da vorne hin. Eigentlich reicht das schon einmal. Ja das reicht eigentlich einmal. Das heißt der muss ausgefahren sein. Das heißt das hier war falsch. 1. 1. Der muss ausgefahren sein und dann, nachdem das passiert ist, muss der hier Strom kriegen, dann schießen wir beiden weg. Machen wir folgendermaßen. Der braucht Strom, das ist hier. Ja. So. So, das kann dann. So, hier hin. So, muss aber anschließend gleich wieder weg. Verdammt, wie mache ich das? Angenommen, es geht gleich wieder weg. Boah. Oh, jetzt habe ich die aber auch mitgenommen. Das wollte ich nicht. Der muss also noch eins weiter hinter. Verdammt. Verdammt. Das heißt, da brauchen wir auch wieder so ein System. Das heißt, hier muss wieder der hin. Oh, das heißt, hier ist das. Oh, das ist ja. Oh, das ist das. Oh, das ist ja. Bist. Ah, der müsste jetzt eigentlich wieder rausgehen. Hm. Machen wir das anders? Oder machen wir das doch nicht anders? Ach toll. Was? Nein! Jetzt! Hm. Die Strömung müsste anschließend hier wieder ausgehen. Wie mache ich das? Machen wir das mal anders? Okay, geht jetzt natürlich nicht mehr ganz so recht zurück. Okay, da muss ich dann auch zumachen. Nur der bewegt sich, oder? Genau, der Rest nicht mehr, weil er an der Wand dran ist. Verdammt! Äh? Wie ist das da schon wieder offen? Hört ja nicht zugemacht. Monkey-Di. Ja. Ach nein, der war die ganze Zeit über offen. Nein, war es nicht. Aber jetzt ist es. Okay, so geht es dann auch nie wieder nicht. Mensch. Und ich dachte, so würde es endlich gehen. Aber nein. Mist, weil da natürlich die Mauer ist. Verdammt. Ha! Machen wir es doch ganz anders. Bauen wir jetzt mal wieder alles ab. Okay. Alles abbauen. So, das hier muss wieder abgebaut werden. So. 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 Das kommt jetzt dann. Oh, Moment mal. Das ist blöd. Verdammt. Klappt auch nicht. Mann. Mann, 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 Mann. Wieso muss das alles immer nur falsch... Äh, nicht... Wieso kann das alles nicht klappen? Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Machen wir es ganz anders. Muss ich mal eben testen. Das klappt also. Okay. Machen wir das folgendermaßen. Ähm. Boah, wie macht man die jetzt nochmal? Ich glaube, das war... Nein, das waren die normalen. Zack. 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 Genau, da brauche ich jetzt 6 Stück von. 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 5, 6. Und hier auch nochmal. 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir es halt so. Wenn es anders nicht klappt, dann machen wir es halt so. Jetzt wird jetzt mal wieder alles abgebaut. Ja, wobei das hier hätte bleiben können. Das hier allerdings kann weg. Das hier auch. Auch. Dann wird es plötzlich ziemlich dunkel hier. Da-da-da. Hm. Wo kommt die denn her für immer her? Okay. Machen wir das jetzt folgendermaßen. Ähm. Erstmal hier. So. Das hier wieder weg. Äh. fought. Und ich ball. Vielen Dank.